Heute Morgen gesehen, neue Doktrin, China würde Truppen nach Taiwan schicken. Bislang hatte China offiziell die Linie vertreten, im Fall einer Wiedervereinigung keine Soldaten und Beamte nach Taiwan zu entsenden. Wie dumm muss ein Mensch sein, dass er das überhaupt vorher schon geglaubt hat? Hongkong? Was war da zugesichert worden? Und was ist jetzt? Was ist aus Tibet geworden? Was passiert in der überwiegend muslimischen Provinz da oben? Also, nein. Jeder in Taiwan, der auch nur ein bisschen Gefühl für Demokratie hat, wird verschwindeln. Mächtige Firmen werden unter politische Führung gestellt, so wie es immer passiert dort. Also, die Schlagzeile haut mich wieder um. Menschheit, Amen.